2012 wird ein gutes Jahr, besonders für die Anime-Fans. Viele Anime-Serien sind gestartet, unter anderem sind dabei Aeronauts zu Kaima F-Final Another Kill Me, Baby Highschool DXD Amagami SS Plus Mino X Foco SS Wave 10 Aria Okeshi New Prince of Tennis Aquarium Ego Aria Okeshi Aria Okeshi Aria Okeshi Aria Okeshi Aria Okeshi Aria Monia The Pirates Untertitelung des ZDF, 2020